Garfield, auch da. Garfield! Du kannst immer noch nicht mit dem Computer umgehen. Die heißen Miezen bleiben da. Komm her! Garfield! Garfield, wir verreißen, ich sehe das schon. Ab in die Tisch, Kollege. Nee? Ach, wir legen uns einfach halb rein, ne? Ja, eigentlich solltest du da ja reingehen. Aber egal, so geht es auch, ne. Hallo Garfield. Hallo Garfield. Hallo Garfield. Guck mal, hier ist ein Schwinskin. Da, guck mal, hab ich das Schwinskin. Guck mal, da hab ich das Schwinskin. Du bist schon ein Schmusa, ne? Ja. Da fühlt man ein Schmusa, ne? Aber heute krieg ich keine Antwort von dir. Sonst machst du immer mit dem Miau. Heute muss man mal alleine miauen. Da, fehlt. Hallo. Miau, miau. Was ist? Ist zu warm, ne? Ja, ist zu warm. Mama weiß, dass wir 30 Grad haben. Ich bin doch jetzt hier kein, ne? Nix, ich bin der Vollpelz. Ich lege mich hier hin. Lass den lieben Gott, lieben Gott sein und penne eine Runde, ne? Ich würde mich ja richtig in die Tasche legen, aber okay. Garfield hat beschlossen, die Tasche gehört jetzt ihm. Da lacht er auch schon drin. Da hat er keine Probleme mit, ne? Ich hab ihn sogar schon mal fast mitgenommen, wohin mit hin, weil er so ein Taschenfan ist. Und da fehlt. Da ist heute so ein müder Tag, ne? Viel zu warm. Im Moment sehen das aber auch alle so. Mein Hund pennt, meine Katze ist müde. Was für ein Tag. Manfred Bl青. Kifft, mein Stefan. Ich bin neutral. Wirklich? Das war den Tag. ?